So, da sind wir wieder in Amnesia. Schön, schön, schön. Die Story heißt Amnesia, the start of madness. Äh, the rise of nightmare. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf start of madness komme. Aber ne kleine schöne custom story. August 1st, 1832. I have woken in a strange room. I can't remember for the life of me how I got here. Or what I was doing prior in this moment. All I know is that I must escape. I hear the groans of tortured souls through the walls. A faintly remembered doorway at the end of the staircase. It is unlocked with a key. It must be around here somewhere. Alles klar. Also wir sind William, ein Mann aus England, aus Essex. Und wir wollen hier raus. Wir sind hier aufgebracht. Ganz klassische Inamnesia. Hier haben wir noch unser Nachthemd schön zusammengefaltet und hingelegt. Ja. Was haben wir hier? Ist der Schlüssel drin? Ne. Wär zu offensichtlich. So, das Feuer, das macht... Das hat einen kleinen Strobo-Light-Effekt noch zusätzlich. Weil es mir ein bisschen Party machen will. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein paar Tinder-Boxes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Spiel spielt. Aber ich benutze Tinder-Boxes echt selten. Ich weiß nicht. Ich... 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 Halt's nie für so nötig. Da schau ich erstmal nicht runter, aber... Lass mich... Strange Key. Wir hoffen, dass es mich hier rauskommt. All right. Let's see what's gonna happen. Ja, das war ja klar. Wir müssen da runter in die Kroft. Was ist das hier? Interessant. Wir haben keine Laterne und kein... Oder wir haben... There's nothing to fill it... To fill it all. Okay, jetzt wird's glaub ich ernst. Es ist so ein klassischer Gang. Gleich kommt hinter mir ein Monster. Oh, was? Oh, die... Die quälten Seelen, sie rufen nach mir. Die rufen nach mir. Sie wollen mich. Ich glaub, da können wir den springen. Ja. Boah, mir geht's schon echt scheiße. Wir sind Crystal Clear and all is good. Boah, unsere Sicht sagt was anderes. Aber hey. Hier noch ein Zettel. This lantern is out of oil. I've left it here to... Go retrieve some. We'll be back soon. W. Das ist bestimmt William... Na, ich weiß nicht. Die sind doch William, dachte ich. Oh, shit. Crystal Clear. Oh. Oh. Oh, er hat's nicht gecheckt. Er hat's nicht gecheckt. Er hat's nicht gecheckt. Ganz ruhig weiter. Die Musik ist auch immer gut in Amnesie. Ich hab sie gern. Und es geht in die nächste Etappe. Es lädt. Bitte kommen wir hier raus. Unbeschadet. Ich hab Frauen und Kinder. Immer diese erleichternde Musik. Als wären wir jetzt irgendwo wo's besser wäre. Aber da ist ne fette, ne fette Blutspur auf dem Boden. Und da vorne stand weh auf dem Zettel. Ich dachte wir sind William. Hmm. Da hinten ist noch ne Tür. Und da liegt eine Leiche. Oh, was passiert? Meine Sicht ist grad... Aber wir sind Crystal Clear und all is good. Oh, der sollte sich mal rasieren. Oh, shit. Und hier haben wir noch einige... Oh, was ist mit meiner Sicht? Ich versteh das nicht. Ich hab noch ne Laterne. Oh, jetzt erstmal der Blutspur hinterher. Ist die beste Idee. Noch eine. Ist hier unten ein Genozid vorgefallen oder was ist denn los? Ist noch eine? Da sind Knochen auf dem Boden gewesen. Nimm sie. Oh, ich dachte das hier. Lustig, lustig. Was ist denn das denn? Die menschliche Knochen. Ah, hier kam ich hier. So. Hier, was haben wir hier? Nochmal drei... Wir brauchen anscheinend... Die gequälten Seelen. Die wollen mich. Oh, hier geht's nicht weiter. Hier haben wir einen Schlüssel. Nein, wir haben keinen Schlüssel. Wir werden echt hart vorbereitet gerade. Irgendwas kommt auf uns zu. Hier ist ein ganzer Haufen voller Leichen. Da sieht man seinen kleinen Schwane. Was ist das? Was ist das? Die Stimmen. Die verfolgen mich. Die wollen mich. Die rufe nach mir. Da ist rotes Licht. Ab ins Rotlicht, Million. Wir können natürlich nicht aufmachen. Können wir das einschlagen irgendwie? Okay, nee, das wird nichts. Wo ist der Schlüssel? Hm. Ich nehme die Hand mal mit. Also nicht für das, was ihr jetzt denkt. Aber... Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Hier haben wir noch zweimal irgendeine Beziehung der Box. Die Frage ist, wo ist der Schlüssel? Immer noch nirgendwo. Ah, hier waren wir. Okay, was... Ich kann aber... Ein bisschen erkennen, was da ist. Da sind ein paar Hebel. Ah. War ich hier schon? Nee. Nee, war ich noch nicht. Boah. Da fragt man sich, warum man Schiss für diesen Viecher hat. Die sehen ja so ätzend aus. Oh, verwest und... Ach, gepeinigt. Fuck. Habe ich hier schon nachgesehen? Nee. Kann ich auch nicht rein, aber das ist irgendein grünes Licht. Habe ich den Schlüssel übersehen? Ich kann den noch nicht so leicht übersehen haben. Oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. War ich hier schon? Er ist natürlich abgeschlossen mit so einer fetten Tür. Habe ich was übersehen? Kann doch gar nicht sein. Hier ist auch nichts. Ah, warte. Nodes. Nodes für die Zeltung. Genau. Ich habe den Schlüssel in den Korridor näher und... Ah. Ich hätte mir... Ich hätte... Hätte ich mir gar nicht denken können. Unter irgendwelchen Felsen begraben. Vielleicht hier. War er der Korridormaster. Wissen du es? Wir vielleicht? Das ist unter... Unter irgendeinem Felsen, aber das wäre schon ein bisschen... Weiß nicht. Da kommt man noch nie drauf, oder? Nee, hier haben wir nichts. Aber das sind auch nur einzelne Brocken. Irgendwo muss doch ein großer Einsturz gewesen sein. Ich sollte mal nicht mein ganzes Öl verbrauchen. Rechts hier. Wir können... Hier ist es nicht. Kann doch nicht so gut sein. Hier vielleicht? Nein. Also, ich... Ich hoffe zumindest, dass er das nicht ist. Ah, fuck. Vielleicht... Der Schlüssel leuchtet ja. Der Schlüssel leuchtet. Du hast ihn auch nicht. Wer hat denn denn... Er hat... Warte. Ist da noch irgendeine... Die Brunnen. In der Korridon hier. Ich werde ihn finden, wenn ich mich zurückkomme. Okay, in der Nähe. Und anscheinend... Vielleicht ist er ja schon zurückkomme. Ekeliges Geräusch. Aber hier ist es doch auch nicht. Hier sind die zusammengestürzt. Hier sind einfach ein Haufen Leich. Ich... Na, shit. Ich muss jetzt echt ein bisschen Öl sparen. Muss ich nochmal systematisch vorgehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier haben wir schon nachgesehen. Das kann nicht so schwer sein. Ist hier irgendwo... Du, die Antwort zu dem Ganzen. Ich... 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 Ich verstehe das nicht. Habe ich ihn weggekippt? Habe ich ihn... Ist er verbuggt? Bin ich blöd? Einem der Korridore. Einem der Korridore. Und das Dach ist zusammengestürzt. Dann müssten wir eigentlich nur sehen, wo das Dach zusammengestürzt ist, oder? Echt hier? Ah... Ja, hier könnte es sein, aber... Ja, natürlich. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Storage Room Key. Die Storage Room ist wahrscheinlich der hinterste Raum mit dem roten Licht. Ist aber nur eine Vermutung. Wir probieren es natürlich aus. Warte... Äh... Labyrinth Storage. Warum ein Labyrinth? Warum würde jemand absichtlich aus seinem Keller ein Labyrinth machen? Es ist kein Wunder, dass man hier nichts findet. Aber hey... Wie denn das sei denn? Ich bin extra bewusst an der fetten Tür vorbeigegangen, weil ich dachte, nee, das ist sicher nicht die Tür. Und anscheinend doch. Anscheinend doch. Bin ich einfach der Depp hier. Aber gut, aber gut. Also, ich probier's nochmal zur Sicherheit. Ne... Es ist die fette Tür. Die fette, 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 fette Pate. Tatsächlich? Tatsächlich. So, wir schließen es natürlich hinter uns ab. Wir sind ja nicht blöd. Was haben wir hier? Noch mal ein Haufen Leichen. Hunderbüchse. Noch eine, noch eine. So, und noch ein... Oh! Nein! Nimm die... Fuck! Okay, ich muss gleich so laufen. Ich bin doch unschuldig. Ah! Keine Chance. Ich bin doch so raus. In dem Moment 5 Rios. Und noch mit mir geht's. In dem Moment 2 Rios. 4 Rios. Untertitelung des ZDF, 2020